ja leute ihr habt euch nicht verlesen im titel das ist tatsächlich die wahrheit ich habe wieder ein paket wunderschön und das heißt es ist zeit für ein weiteres unboxing leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kanal heute gibt es ein unboxing von tosh pyro wie ihr das schon im titel gelesen habt 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 ja tosh pyro oder besser gesagt der thomas von tosh pyro hat mir ein paket geschickt und ja ich weiß gar nicht wie ich das erklären soll auf jeden fall die kurzfassung wäre der liebe thomas hat anscheinend mein video gesehen von den tosh pyro bombenrohren wer das noch nicht gesehen habt ihr kommt ein paar ausschnitte also jetzt eskalieren wir mit den fetten torspielbombenrohren ja wie ihr das gerade gesehen habt das video meinte ich ich weiß nicht ihr habt das bestimmt schon alle gesehen das einer meiner meistgesehenen videos und da hat mich quasi auf instagram die liebe danika angeschrieben und meinte hey uns hat dein video so gut gefallen dass thomas meinte hey du kannst dir was aus unserem merchandise abteilung aussuchen und das ist also das ist wahnsinn also das ist eine richtige ehre irgendwie das tosh pyro das video von mir gesehen hat und dass sie das so gut fanden dass ich mir gleich was aussuchen haben haben durfte und ja leute sagen let's get straight into this und wir machen das auf und da das schöne paket ich durfte mir nämlich im shop bei denen was aussuchen und habe mich dann schlussendlich für eine richtig geile tasse entschieden ich muss hier mal ganz vorsichtig raus ey wie geil leute guckt euch das mal an ich habe mir nämlich so eine tasse ausgesucht direkt von tosh pyro da kann ich jetzt immer hier schön mein pyro getränk schlürfen und dazu gab es halt auch noch ohne scheiß richtig geil dann habt ihr eine schöne tasche tasche von tosh pyro man merkt ich bin leicht und dann haben sie mir hier tatsächlich noch ein paar coolis reingeschmissen auch sehr geil nicht nur ein cooli der agiert sogar als touch pen also das ist ein richtiger kugelschreiber und das hier ist eher so ein touch pen also bevorzug fürs handy so und ja leute das ist so ein kurzes update video heute natürlich kommt euch noch ein zweites video ja das ist noch ein sehr kleines aber das ist wirklich unfassbar nett von tosh pyro also vielen lieben dank dass ihr mir so ein kleines süßes paket hier geschickt habt schaut auf jeden fall mal bei deren shop vorbei machen im april wieder auf wenn ihr den noch nicht könnt ein was ist denn los mir eigentlich kennt man ja tosh pyro ist ein mega geiler shop habe ich ja auch zu silvester bestellt werde ich auch wieder bestellen und ja leute dann wünsche ich euch noch einen schönen tag haut rein bis zum nächsten video und ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020